Die Bibel in einem Jahr, Tag 160. Bleib loyal. 2007 wurden 23 Missionare aus Südkorea von den Taliban in Afghanistan entführt. Sie hatten furchtbare Angst. Die Taliban teilte die Gruppe, isolierte sie voneinander und konfiszierte ihren Besitz. Einer Südkoreanerin war es gelungen, ihre Bibel zu retten. Sie teilte sie in 23 Teile und gab jedem heimlich einen davon, damit sie alle, wo auch immer sie wären, heimlich in der Heiligen Schrift lesen könnten. Die Gruppe wusste, dass die Taliban sie umbringen würde, eine nach dem anderen. Und so legte einer nach dem anderen sein Leben neu in Jesu Hand mit den Worten Herr, wenn du willst, dass ich sterbe, dann werde ich für dich sterben. Da sagte der Pastor, ich habe mit den Taliban gesprochen, weil sie bald damit beginnen werden, uns zu töten, und ich habe ihnen gesagt, dass wenn jemand sterben muss, ich als erster sterbe, weil ich euer Pastor bin. Ein anderer erwiderte, nein, ich bin auch euer Pastor, und ich bin älter als du, ich sterbe zuerst. Daraufhin sagte der Pastor wieder, du bist nicht ordiniert, aber ich, ich gehe zuerst in den Tod. Und so geschah es dann auch, er starb als erster. Es wurden noch zwei weitere Männer getötet, bevor die übrigen befreit werden konnten. Die Männer und Frauen hatten außergewöhnliche Loyalität gegenüber Gott und untereinander bewiesen. Loyalität ist eine Mischung aus Liebe und Treue. Diese Eigenschaft fehlt vielen in der heutigen Gesellschaft. Untreue, also nicht loyal zu sein, zerstört Familien, Gemeinden, Betriebe, politische Parteien und selbst ganze Nationen. Der Böse wird sich vor dem Guten beugen, und der Gottlose muss sich erniedrigen vor dem, der Gott gehorcht. Wer seinen Mitmenschen verachtet, der sündigt. Doch glücklich ist, wer den Hilflosen beisteht. Wer Böses plant, gerät auf Abwege. Wer Gutes im Sinn hat, wird Liebe und Treue erfahren. Gott in unseren Vorhaben treu bleiben Unsere höchste treue Pflicht gilt Gott. Sein Segen liegt auf denen, die Gott gehorchen. Das Buch der Sprüche ist eine Sammlung praktischer Lebensweisheiten. Es fordert uns auf, nicht einfach alles zu glauben. Nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort. Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Letzten Endes geht es bei der Weisheit um deine Gottesbeziehung. Ein Weiser hat Ehrfurcht vor dem Herrn und meidet das Böse. Ehrfurcht vor dem Herrn ist eine gesunde, respektvolle, treue Haltung und bedeutet, dass du ihnen all deine Pläne einbeziehst. Wir müssen unsere Pläne sorgfältig prüfen, dass sie zum Guten dienen und nicht zum Bösen. Irgendwann müssen sich selbst die Gottlosen aber vor den Türen der Gottesfürchtigen beugen. Wer Gutes im Sinn hat, wird Liebe und Treue erfahren. Das Wort, das hier mit erfahren übersetzt wurde, kann auch zeigen heißen. Beides trifft zu. Wer Gutes im Sinn hat, erfährt nicht nur Liebe und Treue, er zeigt sie auch. Es sind die zentralen Werte von Loyalität, Liebe und Treue. Dem werden die gegenübergestellt, die nur an sich denken und Böses im Schilde führen. Sie werden verloren gehen. Herr, bitte hilf mir, kluge Pläne zu schmieden, die dir gefallen. Ich bete, dass wir uns als gottesfürchtige Gemeinde vornehmen, was gut ist, dass wir Liebe und Treue erfahren und zeigen. In Gottes Auftrag vollbrachten die Apostel viele Zeichen und Wunder. Die ganze Gemeinde traf sich immer wieder im Tempel in der Halle Salomos, fest vereint im Glauben. Immer mehr glaubten an Jesus, den Herrn, viele Männer und Frauen. Der hohe Priester aber und seine Gefolgsleute, die Sadduzeer, waren neidisch auf die ständig wachsende Gemeinde von Christus und beschlossen deshalb nicht länger tatenlos zuzusehen. Kurzerhand ließen sie die Apostel festnehmen und ins Gefängnis werfen. Aber in der Nacht öffnete ein Engel des Herrn die Gefängnistüren und führte die Apostel hinaus. Geht in den Tempel, sagte er, und verkündet dort allen die Botschaft vom neuen Leben durch Jesus. Lasst nichts davon weg. Also gingen die Apostel frühmorgens in den Tempel und lehrten dort in aller Öffentlichkeit. Zur selben Zeit berief der hohe Priester mit seinen Gefolgsleuten den Hohen Rat samt den führenden Männern des Volkes zu einer Sitzung ein. Dann ließen sie die Apostel zum Verhör holen. Die Apostel wurden in den Gerichtssaal vor den Hohen Rat gebracht, wo der hohe Priester sie verhörte. Haben wir euch nicht streng verboten, jemals wieder öffentlich zu predigen und euch dabei auf diesen Jesus zu berufen, begann er? Und doch habt ihr dafür gesorgt, dass inzwischen ganz Jerusalem von eurer Lehre spricht. Ihr wollt uns sogar für den Tod dieses Menschen verantwortlich machen. Petrus und die anderen Apostel erwiderten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Die Apostel aber verließen den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie dazu auserwählt hatte, für Jesus Verachtung und Schande zu ertragen. Sie lehrten weiterhin jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in Häusern und verkündeten, dass Jesus der Christus ist, der versprochene Retter. Jesus mit unseren Worten die Treue halten Während die Apostel weiter umherzogen und die frohe Botschaft predigten, taten sie viele Zeichen und Wunder unter den Menschen. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Das hatte zur Folge, dass die Leute scharenweise aus den umliegenden Dörfern nach Jerusalem strömten und ihre Kranken brachten und alle wurden geheilt. Leider rief ihr Erfolg unter der religiösen Oberschicht Neid hervor. Einmal mehr sehen wir, dass Neid eine große Versuchung für die Religiösen unter uns ist. Aus Neid ließen sie die Apostel verhaften und ins Gefängnis werfen. Und wieder tut Gott ein Wunder. Er schickt einen Engel des Herrn, der die Gefängnistüren öffnet und sie herausführt. Mutig folgen sie der Aufforderung, geht in den Tempel und verkündet den Menschen die Botschaft des Lebens. Als man sie dann dabei erwischt, wie sie genau das tun, weshalb sie zuvor verhaftet wurden, werden sie erneut festgesetzt und diesmal vor den Hohen Rat geführt. Der hohe Priester sagt zu ihnen, Haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren? Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. Petrus und die anderen Apostel blieben dem Ruf Gottes treu und entgegneten, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Jesus sagte, Gebt dem Kaiser, was ihm gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Damit definieren sie die Grenzen menschlicher Autorität und wo unsere Loyalität ihr gegenüber aufhört. Wenn Autorität mit unserer Gottestreue in Konflikt gerät, entscheiden wir uns für Gott. Aus Treue zu Gott predigten sie das Evangelium weiter, selbst im Gerichtssaal. Ihre Verteidigungsrede, sie umfasst lediglich drei Verse, ist eine Predigtvorlage, die sich ganz um Jesus dreht. Es ist erstaunlich, dass sie in so kurzer Zeit so viel abhandeln konnten. Sie predigten das Kreuz, die Auferstehung und die Verherrlichung Jesu. Sie verkündeten Jesus als Prinzen und Erlöser. Ihre Worte beschreiben außerdem den Weg der Erlösung, Buße, Umkehr und Sündenvergebung. Darüber hinaus gelang ihnen die ganze Dreieinigkeit einzubauen. Gott, den Vater, der Gott unserer Vorfahren. Gott, den Sohn, Jesus. Und Gott, der Heilige Geist. Ihre Predigt löste einen solch schrecklichen Zorn aus, dass sie wie die Missionare aus Südkorea mit ihrem Tod rechnen mussten. In seiner Voraussicht war aber ein weiser Mann im Hohen Rat, ein Pharisäer mit Namen Gamaliel, der seine Kollegen mit Beispielen aus der jüngsten Vergangenheit darauf hinwies, dass, wenn es ihre eigenen Lehren und Taten sind, wird das Ganze bald scheitern. Wenn es jedoch von Gott ist, werdet ihr sie nicht aufhalten können, und am Ende stellt ihr womöglich fest, dass ihr gegen Gott selbst kämpft. Obwohl der Rat auf ihn hörte, ließ man die Apostel auspeitschen, und man befahl ihnen nochmals, nie wieder im Namen von Jesus zu sprechen. Wegen ihres unglaublichen Mutes, an Gott und seinem Ruf festzuhalten, verließen die Apostel den Hohen Rat voller Freude darüber, dass Gott sie für würdig gehalten hatte, für den Namen von Jesus zu leiden. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern, die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Herr, ich bete, dass wir uns durch das Beispiel der Apostel und von Menschen wie den Missionaren aus Südkorea, die in ihre Fußstapfen getreten sind, inspirieren lassen, damit wir nicht aufhören, die gute Botschaft zu lehren und zu verkünden, dass Jesus der Christus ist. Joab, der Sohn von Davids Schwester Zeruja, merkte, dass der König seinen Sohn Absalom vermisste. Denn er wollte, dass du die ganze Angelegenheit mit anderen Augen siehst. Aber mein Herr, der König, ist so klug wie ein Engel Gottes. Er hat alles sofort durchschaut, nichts entgeht ihm. David ließ Joab zu sich rufen und sagte zu ihm, Hör zu, ich will dir deinen Wunsch erfüllen. Lass meinen Sohn Absalom zurückholen. Joab verneigte sich, warf sich vor David zu Boden und rief, Nun weiß ich, dass du, mein König, mir deine Gunst geschenkt hast, denn du erfüllst meine Bitte. Gott segne dich dafür. Wenn der andere sich dann voller Ehrfurcht vor Absalom zu Boden werfen wollte, kam der ihm zuvor, umarmte und küßte ihn. So verhielt Absalom sich gegenüber allen Leuten aus Israel, die mit ihren Streitigkeiten zum König nach Jerusalem kamen. Dadurch machte er sich bei ihnen beliebt. Uns gegenseitig im Herzen treu ergeben sein. Loyalität ist anziehend. Illoyalität oder Untreue dagegen zerstört Vertrauen. Treulosigkeit kann die Führungsebene einer Gemeinde, eines Unternehmens oder sogar eines Landes untergraben. Bei David war es der eigene Sohn, der ihm die Treue brach. Das muss ihm so wehgetan haben. David liebte seinen Sohn. Der König vermisste Absalom. Gott spricht durch eine weise Frau aus Tekoa zu David. Daraufhin sagt David, Geh und hol den jungen Mann Absalom zurück. Als dieser zurückkehrte, küßte David ihn. David gab ihm eine neue Chance, ihm wieder ein treuer Sohn zu sein. Leider erwiderte Absalom Davids Liebe und Treue nicht. Wir sehen hier ein starkes Beispiel dafür, wie sich Untreue auswirkt. Es gibt immer Möglichkeiten, treulos zu handeln. In jeder Situation, ob am Arbeitsplatz, in der Gemeinde oder Regierung, gibt es immer Menschen, die sich beklagen. Wenn du ein loyaler Mensch bist, wirst du versuchen, dich der Beschwerden anzunehmen und sie zu zerstreuen. Das heißt, Loyalität bedeutet, wir gehen zusammen unter, ob du im Recht bist oder nicht. Aber ich werde dir sagen, wenn du im Unrecht bist, und dir helfen, es zurechtzurücken. Absalom bestand den Treuetest nicht. Er sagte zu den Meckerern, Du bist wirklich im Recht, aber beim König ist niemand, der sich damit befassen wird. Ich wünschte, ich wäre der Richter in diesem Land. Dann könnten die Leute mit ihren Streitfällen zu mir kommen und ich würde ihnen Gerechtigkeit verschaffen. Das ist natürlich vollkommener Unsinn. Aber solche Versprechungen sind leicht gemacht. Der treulose Mensch sagt, wenn ich das Sagen hätte, wäre hier alles so viel besser. Auf diese Weise schlich Absalom sich in die Herzen aller Israeliten. Untreue beginnt in unseren Herzen und Gedanken. Achte auf dein Herz und deine Gedanken und lass nicht zu, dass jemand dein Herz stiehlt. Hier nun versammelten sie sich um Absalom und der Kreis der Verschwörer um Absalom wurde immer größer. Unzufriedene Menschen umgeben sich immer mit Gleichgesinnten. Sie suchen nach jemandem im Leitungsteam, um den sie sich versammeln können. Wenn aber die ganze Führungsspitze treu zusammensteht, haben sie keinen Erfolg. Herr, bitte hilf uns treu und loyal zu unseren Vorgesetzten im Land und in der Regierung, in der Gemeinde und am Arbeitsplatz und auch zu unseren Eltern zu stehen. Herr, bewahre unsere Herzen. Noch ein Gedanke meiner Frau. 2. Samuel 14, Vers 1 bis Kapitel 15, Vers 12 Nur weil du äußerlich toll aussiehst, heißt das noch lange nicht, dass du auch im Innern ein toller Mensch bist. Absalom sah umwerfend gut aus, aber innen sah es anders aus. Die Menschen verbringen eine Menge Zeit im Fitnessstudio, beim Friseur, mit ihrem Make-up und auf der Suche nach dem perfekten Outfit. Alles für das Erscheinungsbild. Wirklich wichtig aber ist, wie es innen aussieht. An unserer inneren Schönheit müssen wir alle noch härter arbeiten. 8. Wie ist denn 7. Ich bin 10.றард 10.